Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du heute wieder was Neues lernen willst. Wir haben ja das Thema Weltraum und mit einer Rakete fliegt man ja den Weltraum, aber wir fliegen nämlich in die Vergangenheit. Wir haben ja die Schöpfung durch, wir haben Noah und die Arche durch und wir haben, David, was machst Du denn da? Du bist so vollgepackt, willst du auswandern? Willst du auswandern, David? Nein, auswandern will ich nicht, aber darum geht es heute in der Bibelgeschichte. Pack all deine Sachen zusammen und mach dich auf den Weg. Das hört sich spannend an. Darf ich vielleicht erst mal ablegen? Ja, mach das mal. Ich habe mir gedacht, wenn David gleich mal anfängt mit der Geschichte, lasst uns doch einfach erst mal ein Spiel spielen. Also holt euch mal zwei Mülltonnen oder zwei Kisten, irgendetwas, und ihr braucht Blätter, ganz viele Blätter. Ich habe nämlich ein Spiel, dass wir, ja, das, also das sind, danke David, das sind unsere, das ist das Weltraum. Wir haben zwei Welträume und jetzt wollen wir Planetenwerfen machen. Das heißt, wir nehmen den gleichen Abstand mit David, da ist eins, habe ich fertig gemacht. Genau, da stehen wir und jetzt knüllen wir hier die Sterne, das sind unsere Planeten dann. Okay. Und wer die meisten dann getroffen hat, ins Schwarze Loch, das heißt bei uns in die Mülltonnen, der hat gewonnen. Ah ja. Okay. Okay. Dann legen wir los, ne? Und haben wir eine Zeitbegrenzung? Ja, genau. Wir machen genau, wer die ersten fünf hat, der hat gewonnen. Die ersten fünf drin, okay. Ich habe quasi das weiße Universum. Ja, warte mal, die stehen nicht ganz richtig, aber ich mache das mal grad. Ja, warte mal. Warte mal. Ja. Ich habe die vierte fünf. Warte mal. Ja, warte mal. Warte mal. Ja. 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 Weißt du was Nelly? Ich glaube, so ein richtiges Universum, das kann nur unser Herrgott. Erstellen. Das Spiel macht trotzdem viel Spaß. Ihr dürft das zu Hause gerne noch weiter ausprobieren. Wir sind Gewinner der Herzen. Wir können das auch ausprobieren, euch rückwärts hinzustellen. Vielleicht trifft man ja so. Aber wir machen jetzt hier erstmal weiter. Pack deine Sachen und geh los. Es gibt eine Familie in der Bibel. Das ist Abram und Sarai. Die, falls ihr euch jetzt wundert, die sind mehr bekannt als Abraham und Sarah. Aber dazu später mehr. Und es ist nämlich so, dass Gott mit Abra Abram spricht. Jetzt habe ich doch irgendwo hier meine Bibel. Jawohl. Da möchte ich euch was draus vorlesen. Und zwar steht das im 1. Mose 12, die ersten Verse. Und der Herr sprach zu Abram. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Wow. Also da ist ein Mann, der hat ziemlich viel Vieh, eine ziemlich große Verwandtschaft, eine Frau. Das Einzige, was er nicht hat, ist eigene Kinder. Und Gott sagt zu ihm, mach dich auf den Weg, pack deine Sachen und geh los. Jetzt müssen wir uns das so vorstellen. Weil damals hatten die keine Häuser, sondern eher so Zelte. Und Gott hat quasi zu ihm gesagt, pack deine Zelte ein. Also stellt euch mal vor, in heutiger Zeit einmal das ganze Haus, das Mauerwerk runterbauen, alles in den Rucksack packen und los. Und das war jetzt nicht nur so ein kurzer Weg, sondern hunderte Kilometer weit weg. Und Abraham und Sarai haben aber Gott treu gehorcht und haben sich auf den Weg gemacht und sind losgegangen. Das war nicht so eine Tagesreise, so kann man sich das nicht vorstellen. Auch nicht eine Woche, auch nicht einen Monat. Die waren wirklich Jahre unterwegs. Und als sie dann endlich in dem Land angekommen sind, da haben sie sich gefragt, okay, jetzt sind wir hier. Aber was ist denn jetzt mit Nachkommen? Jetzt habe ich ganz vergessen. Überlegt mal. Oder was glaubt ihr? Wie alt könnte denn der Abraham und die Sarai gewesen sein? Sarai. Wie alt waren die wohl so? Ich sage euch, die waren keine 20. Die waren keine 30. Die waren auch nicht 40 und nicht 50, sondern die waren um die 75 Jahre alt, als die losgelaufen sind. Jetzt könnt ihr nachher mal eure Oma und Opa anrufen und fragen, wie alt die so sind, dass ihr ungefähr einen Zahlenvergleich habt, wie alt das schon ist. Dann sind sie in dem neuen Land und es passiert aber nichts. Dann spricht Gott wieder mit ihnen und sagt, doch, mein Wort ist wahr und ich werde das wahr machen, was ich euch versprochen habe. Und dann gibt Gott ihnen neue Namen. Aus Abraham wird dann nämlich Abraham und das heißt nämlich Vater von vielen. Und aus Sarai wird Sarah und das heißt Prinzessin. So, also Gott sagt nochmal, nein, mein Wort ist wahr, ihr werdet Kinder kriegen oder ihr werdet ein Kind kriegen. Und aus euch werden zahlreiche Generationen hervorgehen. Okay, dann vergehen aber wieder ein paar Jahre. Und es passiert nichts. Und Abraham glaubt aber trotzdem weiter. Und eines Nachts, da ruft Gott Abraham raus. Er soll rausgehen aus seinem Zelt. Abraham so, ja, was ist los Gott? Und dann sagt Gott zu ihm, schau dir die Sterne an. Habt ihr schon mal einen Sternenhimmel gesehen? Wunderschön sieht das aus. Wenn nicht, das müsst ihr unbedingt mal machen. Müsst ihr Mama und Papa fragen, können wir mal Sternenhimmel gucken? Ja. Und dann ist Abraham da und sieht die ganzen Sterne und Gott sagt zu ihm, fang an und zähl die Sterne. Oh, und er. Ja, viel zu viele. Gott sagt, ja. Und genau so viele Nachkommen wirst du kriegen. Unzählbare. Boah, denkt Abraham, das ist ja der Wahnsinn. Und am nächsten Tag passiert wieder nichts. Sarah immer noch nicht schwanger, dafür aber viel älter. Und dann geht das noch so weiter. Und irgendwann, da kommen drei menschenartige Gestalten und besuchen Abraham und Sarah. Und das, das sind Gott und wahrscheinlich noch zwei Engel. Und Abraham spürt das und dann sitzen sie da und dann sagt einer dieser Männer, dann sagt Gott nochmal, Abraham, du wirst ein Kind kriegen. Die Sarah, die ist im Nebenzelt und hört das und die muss einfach lachen. Die denkt sich, was, ich bin doch schon eine ganz, ganz alte Rumi. Ich soll noch ein Kind kriegen. Und dann kommt die Sarah rein und bringt den Fall was zu essen oder zu trinken. Und dann sagen die auch zu ihr, du hast gelacht darüber. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Ein Jahr später kriegt Sarah ihren Sohn. So lange haben die darauf gewartet und aus diesem Sohn sind dann Generationen von Menschen geworden und ein riesiges Volk. Deswegen ist Abraham auch der Vater vieler Kinder. Und was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Auch, wenn ich nicht weiß, wie es enden wird. Auch, wenn ich nicht weiß, wo das Ganze sein Ende haben wird. Lass uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, es ist so gut, dir zu vertrauen. Es ist so gut, von dir zu lernen. Und du sagst uns, dass wir dir vertrauen sollen. Und wir wollen da einfach gehorsam sein und hören, was du sagst. Auch, wenn wir nicht wissen, wie unser Weg zu Ende gehen soll. Wir möchten uns ein Beispiel nehmen an der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Du wirst deine Versprechen wahr machen. Wir wollen jeden Tag fest daran glauben. Und du sagst zu uns, dass du uns lieb hast. Du sagst zu uns, dass du immer bei uns bist. Und du sagst zu uns, dass du immer mit uns gehen wirst. Und wir niemals, niemals alleine sind. Das wollen wir glauben. Wir wollen glauben, dass dein Plan gut für uns ist. Wir wollen dir vertrauen. Hilf uns dabei, das jetzt in der nächsten Woche nochmal ganz konkret umzusetzen. All unsere Sorgen dürfen wir dir geben und wir dürfen dir vertrauen, dass du es gut machst. Und zusammen sagen wir, alle runter. Amen. Wir wünschen euch eine richtig schöne Zeit. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Auf Wiedersehen. Amen. Wir wünschen euch das nächste Mal wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal.